Ja, hallo, wir sind jetzt am Sommerdum. Meine Schwester, ihr Freund. Wir sind gerade im großen Giesenrad. Das ganz große. Jetzt gehen wir. Das ist eine schöne Aussicht. Hast du Öffnung, dass wir eben ein Aussteigen haben? Was? Ja, du klack dich mal so aus. Wir haben ein bisschen geschaut, ja, aber... Ja, es kommt immer Gas und wieder... Ja, genau. Naja, es gibt sogar Regendach. Dann kannst du hier zu machen, wenn es regnet. Ja. 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 Ja, das ist auch... Das ist auch der Dauber. Was? Warum der Hafer? Ja, doch da. Ach, da. Das ist die Kräner. Ja, genau. Ja, genau. Also, die Wetträder alle. Ja, genau. Ja, genau. Da ist die noch lange Zeit. Ja. Wir wollen ja einfach nach Wunder und Sachen besorgen und dann wählen auf der Wunder. Also ... ja ... warum ... er versteht nicht. Mutti wieder, oder? Für Danny war er gar nicht. Er war halt online, er hat mir nichts geschrieben. Er war ... damit nicht mehr aufhören gewesen, Arschloch. Er sagte, dass hier ... beim Last, wo wir drin waren, die Platte ... Aber ich hab ihm gesagt, ne? Ja, das weiß ich schon. Aber ... Wie Mary. Wie Mary.